hallo ist martin von money monkeys dass die dachsanalyse für nun dienstag den für mittwoch den 18.9 2024 und unser dachs ja der will nur spielen der will nur spielen hat zumindest sein 800 oben angeschossen wir hatten ja gestern gesagt dass wir also grundsätzlich die analyse vom vortrag erstmal so beibehalten können ihm sozusagen weiter raum geben müssen hoch in die 775 800 dass das ebenso dieser entscheidungsbereich wird der da so ab 57 angefangen hat und wollten von ihm sehen dass er damit sich noch auseinandersetzt das hat er getan ist auch deutlicher von weg getrudelt also hätte ich in dem moment auch tatsächlich 767 einfach wieder hochgedreht wäre weiter hoch gemacht hat hat aber nicht ist dann noch mal komplett zurück hat quasi auf die flagge die vorher aufgelöst wurde noch mal von oben aufgesetzt auf die flaggenkante und sich dann aber auch zügig wieder stabilisiert und jetzt auch den tagesschluss über die 73 gezogen also quasi den tag positiv abgeschlossen wirkt jetzt vielleicht ein bisschen wie positiv aber er ist oberhalb von der tageseröffnung gewesen und das zählt erstmal und ist insofern wichtig dass wir aus der situation heraushalt zum mittwoch auch einfach wieder nur nach oben in die nächsten station durchdrücken können gelingt ihm das müsste jetzt hier über die 67 wieder drüber dann kommt er über die 67 drüber stehen auch 800 und dann auch 880 steht nichts mehr im wege dieses kritische ich sag mal dieses kritische auseinandersetzen mit 775 800 wo wir gesagt haben das könnte ihm jedenfalls auch das genick brechen das haben wir jetzt schon stehen ja der hat die zone auch erstmal nach unten angenommen das muss man ganz klar sagen und damit können wir den hak eigentlich an die positive route machen positive route wäre halt wäre also er drückt sich einfach wieder hoch geht über eine 67 legt über die 800 nach etabliert sich darüber und geht die ganzen ziele hier oben abklappern können an der seite dann ablesen und wenn er unterhalb aber jetzt eben sich lang macht aus der konstellation heraus dass wir jetzt die 75 800 angestoßen haben könnte das dann auch ein bisschen weitergehen ja also das heißt ein erneutes unterbieten von kann man hier eigentlich so rund zusammenfassen von 600 wäre dann eher kritisch weil es unseren dax bis runter in die 530 und eben dann auch schon wieder 500 480 440 420 klacka 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 nach unten bringen würde weil dann diese aufwärtsbewegung hier gebrochen wäre ja er würde die brechen wenn er jetzt anfängt und differenziert zu stellen unter 600 das wäre also adäquat zu gestern gestern haben wir das ähnlich so gesagt ja ein unterbieten von 600 wäre abbruchbedingungen nach unten können wir das hier eigentlich nur noch mal verschärfen oder verhärten denn es bleibt dabei er als die 600 nach unten umzuklappen wird ihr weiteres potenzial nach unten aussetzen so wie er sich gestellt hat dass das erst mal noch kein beinbruch es könnte ein anfang für eine umkehr sein ist aber hier noch kein beinbruch und aus der situation heraus hat er locker auch die chance sich hier jetzt einmal wieder nach oben raus zu drehen das kriegt er hin ja der müsste nur über 37 rein starten das rest ist schon fast easy dann ja schön langsam wieder anfangen sowie die ganzen letzten tage und dann stetig ein bisschen gas nachlegen und dann kommt er schon kommt kann er schon mittwoch wenn die 8 30 8 60 8 80 rein neues hoch wird er dann nicht schaffen am mittwoch aber er könne sich einen guten batzen vorlegen um dann eben am donnerstag den rest zu machen soweit die erwartungshaltung die idee für oben und unten im tage kann man mal gucken so gott wie auch hier am träger weiterhin ja hat auch wieder hier den 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 klos drunter gezogen und allerdings gucken die kerze sieht rot aus war denn die öffnung nicht oben war 87 11 war sogar die öffnung es ist aber trotzdem es ist egal wir haben hier ein doji drin stehen das ist für mich trotzdem ich habe vorhin gesagt es ist eine grüne tage hat es keine grünen tage hat aber die so mikro mikronomisch nicht mikronomisch gibt es nicht aber sie ist so klein wo das ist ich würde es ignorieren als für mich zählt hier eher dieses aufstoßen was er hinten raus gemacht hat damit hat er die schwäche deutlich wieder aus ausgestellt gekriegt das nicht warum man da jetzt angeht ja punkt thema ende aus geht er wieder an was macht er denn hier was was soll ich rechnen ich will nichts rechnen nein ich kann was alles gut ich mache hierzu wünsche euch viel erfolg gutes gelingen wir uns morgen wieder bis dahin tschüss